Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Steve-Book Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht es um den Film live. Ja, dieser Film soll glaube ich so in einer Art irgendwie ein Abklatsch werden. Ich bin gespannt auf diesen Film. Auf jeden Fall spielen da richtig gute Schauspieler mit. Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson und Ryan Reynolds. Also der Trailer sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und ja, jetzt müssen wir das hier erstmal aufkriegen. So, schaut doch schon mal gut aus. So, dann machen wir das hier erstmal ab. Oh, das geht auch wieder leicht auch von der Pappe ab, wie bei Undisputed 4. Das ist echt mal cool gemacht. Aber hier drinnen ist auch wieder die CD locker. Das ist leider auch wieder schade. Gut, dann schauen wir uns doch erstmal das Papier hier an. Da haben wir eine Filmszene und den Inhalt, um was es sich bei diesem Film handelt. Dann haben wir ein paar Bonus-Materialien. Dann nochmal ein paar Film-Szenen. Und der Film kommt in... Deutschen Ton in DTS-HD-MA daher. Und hat eine Laufzeit von... hat eine Laufzeit von 104 Minuten. Jawoll. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist die Book. Oh. Ja. Sieht gut aus. Gefällt mir. Also das Artwork ist auf jeden Fall schon mal geil mit der Hand da drin in dem Raumanzug. Oder in dem Helm. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und ist sehr glänzend. Und ich glaube sogar vor Fingertapser nicht gedacht. So. Dann haben wir hier den Schriftzug live. Dann unten Sony Pictures. Das Label. Und dann haben wir hier hinten die Erde. In der Weltraum-Sicht. So. Vom Weltraum auf die Erde. Oder ist das die Erde? Ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall sehr hochglänzend das D-Book. Gefällt mir. Oh. Seht ihr. So. Den Code. Den muss ich... Behalte ich. So. Dann haben wir hier die Blu-Ray-Desk. Und dann innen drin das Artwork. Ach. Den Innendruck. Nicht das Artwork. Jack Gyllenhorn und Rebecca Ferguson. Hätte noch ein bisschen kräftiger sein können. Die Farben. Ansonsten. Es ist ein Bild aus einer Filmszene. Aus diesem Film. Und ja. Ja. Ich bin gespannt wie dieser Film sein. Oh. Bin ich voll gegen die Kamera bekommen. Be... 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 Und... Ja. Dann war's das schon wieder von diesem D-Book von Alive. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei dem Film im Kino wart. Und wie er war. Ob es ein Abklatsch ist oder nicht von Aliens. Und ja. Wenn das Video euch auch noch gefallen hat, dann macht doch mal einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao. Ciao.